Da sind wir wieder in der MeToo. Wir spielen direkt weiter beim letzten Mal in diesem Creepy-Sumpf, wo Leichen rumliegen. Das sind meine Lieblingsworte. Die mit schön vielen Leichen. Wenn sie radioaktiv sind, dann sind die Leichen immer noch mal dreimal besser. So. Bei den radioaktiven Gebieten ist meistens das beste Loot, nicht? Das Late-Game-Loot. Aha. Ich glaube nicht, dass es hier in der Mietung auch so ist. Und wir haben auch nicht so viel Chemie, um noch Filter zu bauen, was mit der Zeit ein Problem sein könnte. Deswegen bewegen wir uns mal ein bisschen im Flottenschritt bis wir am Leben. Nein, ich bin tot. Ähm, voran. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zuschauen. Wenn ihr uns hier Spaß habt, liken. Wenn ihr es ein bisschen hierhin geschafft habt, möchte ich auch mal wissen, ob ihr es dir überhaupt noch jemand anschaut. Ähm, große Schlacht. Nein, nicht sterben. Nicht sterben. Wäre ich da lang springen müssen? Aber wenn ich hier runterfalle, kriege ich doch Schaden. Ich habe nicht mehr so viel Chemie. Meine Güte. Wir haben schon lange keine Dings mehr gesehen. Keine... Äh, von diesen Gulen. Und da sehe ich gerade wieder diese seltsamen Pflanzen, die meistens Gulen haben. Aber wir haben ja jetzt nach... ...püllbare Bolzen. Die wäre bestimmt... ...gut für uns sind. Um diese Dinger zu... Um diese Viecher... ...zutöten. Äh... Riesenschirm. Die Recycling, aber nicht einfach die Bosse aus dem letzten Teil, oder? Ah, ne. Ähm. Das hört sich nicht nach fröhlichem Schreien an. Überhaupt nicht fröhliche Schreie. Nein. Der weh. Ja, ist ja gut, Filter. Filter, Mann. Filter, Mann. Das giftige Gas... ...kann mir gar nichts ab. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich folge den Kompass. Kompass sagt hier. Kompass sagt, folge dem Kabel. Wo wir gerade den Riesenschrimp gesehen haben. Ah, ich hatte diesen Schrimp. Du sah das so aus, als wolltest du keine Riesenschrimp. Da hast du auf mich drauf schwuppen. You're dead? Ne. Zwei. Also noch mehr. Ach, das sind die, die spucken, gell? Ja, das sind die, die spucken. Eau. Voll genug habe. Einfach durchhören. Die sind zu hart. Ah, hier, wo vorhin rumgeschrien wurde. Da gehe ich natürlich gerne hin. Ja. Ah. Das Game ist wie ein gutes Date. Es bringt einen immer neu interessante Orte. Oh, hi. Gar nicht seltsam stehender Generator. Kein Platz zum Verstecken? Nein? Let me just take all diese leuchtenden Mushrooms und ich bin aus eurer Haut. Ihr müsst mich gar nicht wiedersehen oder war auch gerade ein radioaktives Zeichen. Die zeigen immer gute Plätze. Ihr könnt es jetzt bitte holen. Ich muss mich verarschen. Ich habe den Generator angemacht. Muss ich hier noch was machen? Jetzt kann ich den Zug benutzen. Schnell. Ich möchte nicht so lange im radioaktiven stehen. Ich möchte kein drittes Bein. Jedenfalls nicht ein zweites, drittes Bein. Ich möchte hier noch mal ja, tanzen des Gras. Meine Lieblingsorte. You shouldn't have. Da haben sie bestimmt nicht irgendwelche Tiere gezüchtet. Brad got your tongue. So you can't knock on the door anymore, eh? As the teacher said, courtesy distinguishes us from bandits and other animals. Okay. Wait a moment. You're not one of ours. A bandit then. Don't look like one. Though you never know with them bandits. Shit every day. Am I right or what, Senja? Das macht die Radioaktivität zu euch. Well, you're here. Which means that all those spineless worms and wannabe pirates are all dead. Am I right? Don't bother answering. Everyone knows I'm right. And good riddance, I say. Ja, lassen wir ihn mal alleine mit sich reden. Das macht er anscheinend gerne mit sich selbst reden. Yep. Turdeln-Ratte. Einer meiner Lieblings-Nicknamen. Ich fand es grad wär cooler gewesen, wenn er sagt Hey, why are you going? I don't wanna be alone. Oder sowas. Statt naja Ich dachte, sowas kommt. Aber er hat seinen inneren Monolog weitergemacht. Ich glaub, der Bär ist wütend. Kann aber nicht sagen, warum. Yay. Ja, wir haben wieder Spinnen. Hi, Spinnen. Hi. Let me just Let me just Let me just Ich hab dich grad erst aufgeladen. Oh nein. Das ist das radioaktive Schimmern, das die Lampe aussetzt. Oh. Oh. Halte Richtung. Geh Richtung. Ja, ich hab wieder Strom. Ah. Machen wir da ein X. Okay. Ich darf nicht durch die schöne Tür durch. Leider nicht. Und da sind bestimmt keine Schächte, wo die ganzen Spinnen rauskrabbeln dürfen. Licht. Hi. Hi. Ah. Geh mal die Treppe hoch, nicht? Treppe sieht gut aus. Treppe sieht gut aus. Oben ist immer gut. Ich muss wieder runter. Ich muss wieder runter. Ich muss wieder runter, oder? Ich muss einen Generator finden. Kann ich von... da irgendwo. Ähm. Hier? Hier. Es wäre Licht. Vielleicht. Oh. Bitte sei voll. Bitte sei voll. Natürlich ist es nicht voll. Kompass. Sagst du mir, wo Benzin ist? Vielleicht. Ja. Da saß. Das könnte ich hier durchkrabbeln. Geht's da wieder zur Tür? Kann ich an? Ich kann rückwärtskrabbeln. Okay. Tür ist, glaube ich, falsch. Ich sag mich, warum ich keine Spinnen mehr sehen. Hier. Sind die alle zu einer neuen Location gegangen. Warum denke ich, dass ich hier durchkrabbeln muss? Nein. Fahrzeug. Ist hier nur ein Kanister? Da hier. Äh. Ich folge den Kompass. Kompass zeigt mir hier an. Was soll ich hier? Echter Hof? Kompass? Okay. Geht's da hinten weiter? Nee, ich seh doch irgendwas. Irgendwas wahrscheinlich richtig offensichtliches, wenn ich's dann seh. Oh. Wieso bin ich da nicht vorhin drauf gekommen? Wie hätt ich das nicht wissen sooo- können? Hmhm. Nein? Muss ich Spinnen töten? Die Ware machen wir nicht Spawn? Darf ich nochmal an dieser leeren Kanne schütteln? Vielleicht ist sie voll? Anna? Ich würde halt fast sagen, ich muss da durchkrabbeln. Hier. Wo nicht irgendwelche H-1000 Kabel drin hocken oder Metallstäbe drin sind. Aber wir sehen uns gleich wieder, wenn ich was will. Guck mal, was ich gefunden hab. Hier oben. Nicht das Loot, aber der hier. Also, wo ist drin? Ja. Spawnt ihr jetzt wieder? Ihr spawnt jetzt wieder. Ich wusste, dass es zu still war. Zu still. Warum kann ich dich nicht abrennen? Gut. alles voll machen mit Benzin. Und dann haben wir gleich die Freiheit. Oh yeah. Guter Junge. Guter Antium. Hi, weg. Muss ich jetzt aushalten. Hier ist Licht. Hier gehen sie nicht hoch. Gut. Das war jetzt einfacher, als ich gedacht hab, mit Nur durch Rennen. Ich hätte nichts sagen sollen. Geht weiter. Aber weiter geht's erst beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.